Guten Morgen, Dr. Grinser. Ah, der Hutmacher in alter Frische. Wie geht's uns denn? Ach, Dr. Grinser, ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Ich sehe überall nur noch unbehütete Gestalten und kann mir selber einfach nicht mehr helfen. Aha, ein klarer Fall von allherbstlicher Hutzucht. Gut. Atmen, ziehen tief ein und tief wieder aus. Hüte, ich sehe Hüte. Jeder meiner Finger trägt einen Hut. Sehen Sie? Ah, nun, Herr Huthmacher, wie leicht soll es aber versuchen, Ihren Hut abzunehmen? Das würde Ihnen bestimmt helfen, aus dieser ganzen hutbesetzten Gedankenschnipplerei herauszukommen. Wie meinen Hut abnehmen? Sind Sie des Wazits? Wir können Sie nicht abnehmen. Wir sind eins, mein Hut und ich. Nun, Herr Huthmacher, wenn das so ist, dann muss ich Ihnen zur Verhütung raten. Sie können doch nicht alles, ich ihn behüten wollen. Wo kämen wir denn dahin? Ach, Herr Kirsch, die Gestalt, Herr Huthmacher, so gutlos, so nackt, kann man aber noch ein. Nein, Herr Huthmacher, darf das nicht weitergehen. Herr Huthmacher? Ja, wir sind hier und da. Herr Huthmacher, was, was tun Sie denn da? Äh, äh, Herr Huthmacher, Herr Huthmacher, Herr Huthmacher, jetzt reisen Sie sich zusammen. Sie sind doch verrückt, Doktor Grinzer. Jetzt sehe ich es erst. Ihr, ihr Kopf, da, da müssen wir, da muss. Nein, wir müssen gar nichts, Herr Huthmacher, wir müssen gar nichts. Nein, Herr Huthmacher, bitte. Hier, nur Hut zum Hut. Nein, wir müssen berendetgehen, bitte. Nein, wir müssen gar nichts, Herr Huthmacher, wir müssen gar nichts mehr informcountieren. Ja, wir müssen gar nichts mehr informownik Its